Diese vielen, vielen Veränderungen in der Führung, in der Kommunikation, im Markt, in der Politik, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und was ich klasse finde, ist, dass die Arbeit, die hier einfach darauf hinweisen, die Praxis nicht stattfindet. Das ist auch mein Job hier dran, dass wir die Menschen, den Einzelmensch, als auch die Firmen auf diese Zeit vorbereiten. Nach dem Motor, wer vorbereitet ist, tut sich gleich noch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hallo, Sie sehen uns.